hallo zurück in unserem kleinen keller system was ich finde schon ziemlich gut eigentlich aussieht was sagst du ich bin davon überzeugt das ist immer gut oder meint es jetzt meintest du jetzt damit du den zuschauer natürlich das ist auch eure meinung gefragt wenn ihr anregungen habt was man da eben was wir eventuell hier eventuell noch verbauen könnten einbauen können erschaffen könnten als uns mit haut in die kommentare wir werden minimum darauf antworten das sowieso ich habe zu ihm gleich weiter so also bezüglich tunnel wie wollen wir das jetzt dann letztendlich lösen was sagst du wollen wir da tatsächlich immer so ein einzelnen schrägen aufgang bauen weil ehrlich gesagt ich würde mal behaupten ist das jetzt nicht gerade wenig arbeit nicht einen sondern zwei wieso zwei ja schon ein schrägen für hoch und ein schrägen für runter das ist ja wenn ja wenn das viel arbeit ist dann ist doch gut wenn es nicht viel arbeit wäre es nicht unser bauprojekt das stimmt ja das ist ein argument das stimmt wenn es nicht übertrieben wäre dann käme es nicht aus unserem gusto oder wie man das nennt ja so in etwa du hast mich eingebaut habe ich nicht das war so nie das war so wie bin ich denn dann sonst runter gekommen teleport bei starbarn wäre es nicht so ungewöhnlich 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 also warte mal ich muss jetzt hier die tiefe ausmessen das wäre eine also auf welcher höhe hättest du das gewollt komm mal hoch ja 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 also vorbei geflogen wie meintest du das jetzt dass man über ihr die stichtstation macht oder wie die station ja die eigentliche rail so auf der höhe wo ich jetzt stehe oder sagen wir mal so auf der höhe gesagt so vielleicht doch so auf der höhe vielleicht dann da so schräg runter direkt oder wie so wie tv wie das ist schon fast zu breit der tun ja ja aber wir müssen oder sollen wir mit dem wesen ab jetzt in pinseln ja ich würde mal sagen sagen wir zwei pinsel das wäre ja das käme hin aber bezüglich wir müssen ja noch ein bisschen deko ich würde da ebenfalls wieder so eine doppelte umrandung machen müssen wir ein bisschen breiter graben also so wie wir den tunnel hier haben nur eben dann als rail tunnel als so eine wir müssen ja auch noch ran springen können also das also wäre wenn es jetzt aber so wäre dann definitiv passen könnte es hinkommen das würde definitiv passen also das würde bedeuten zwei pinsel breit ausheben ein bisschen mehr wie viel haben wir dann jetzt hier hatte 1 1 2 2 1 halb das war gerade mein miss ich habe ja gemessen ja ist ja wurscht wenn wir jetzt den anfang haben dann wollen wir nur so weitermachen ja warte mal und auf welcher höhe wollen wir das dann machen weil ich würde es definitiv auf einer höhe machen die man dann von oben nicht mehr sieht dass man dann einfach ziemlich steil jetzt gleich mal runter geht ja gut jetzt 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 bin ich verwirrt ja ich will sie nicht auf der höhe lassen sondern du sagtest ja man fährt hoch also die eigentliche regel tunnel tiefe war sie genau und für die müssen wir ja definitiv noch tiefer als so ja dann können wir doch hier so die höhe nehmen ups so hier so so hier so ja warte mal ich ich guck gerade ob das so vom abstand her passt oder ob man den ändern müsste sagst du ist es breit genug ja schon oder durchziehen ja klar durchziehen junge nicht mal den boden weg bauen und warte mal so machen wir da mal so ein muster das blöde ist eben das einzige wenn wir immer so hoch und runter bauen dass wir nie genau wissen auf welcher höhe hier jetzt gerade ob wir die tunnel gleich hoch alle bauen ja gut wir können ja einfach mal stur den tunnel außen rum ziehen und dann immer wieder da wo es uns passt hoch jetzt habe ich mich selbst eingedudelt und er dem mann er ist er auf platz musst du nicht es ist ja ich hab dich nur mit erde eingebaut ich hatte gerade stein auf dem pinsel jetzt muss ich da das muster wieder reparieren du bist oooooh dankeschön i'm so fucking awesome das nennt man teamwork bei uns ja naja mich auch ah so ein bisschen gehörts dazu ich krieg das erdteilchen hier oben nicht mehr und ich glaub du hast ich glaub wir müssen das da oben auch mal ein bisschen ich glaub vor allem ist das hier ist das hier das das ging zu tief hier ja sagt ich ja das passt nicht so ganz oder so so moment mal ich geh mal messen es war ich weiß es nicht mehr so 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 warte ich schließ das mal so an mich an klick you have to press the button oh genau now i have it it's very great yeah it's 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 weißt du was wir machen könnten aufhören englisch zu reden weil wir es nicht können ne ich meinte wir könnten als beleuchtung warte mal auf der höhe könnten wir tagsüber eine natürliche beleuchtung machen ne 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 sonst noch gar nicht ist langweilig das kann jeder ja wir können es ja kom bombieren wir können fenster machen wir unter ne 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 das meint nicht ich will fenster ich will dir was anderes zeigen ja ok ich ich muss nur kurz dafür etwas ähm parap vorbereiten das ist angehört wie so eine fernsehköchin ich hab doch schon mal was vorbereitet ich komme jetzt wieder runter und zwar runter in unser tunnelsystem ja ja nicht so als ob irgendwie machen wir die rückwand holz die schon gesagt oder moonwalk zusammen wir übertrieben weil wir machen alles übertrieben aber das wäre jetzt wirklich too much ja komm nimm gleich obsidian ja du moonwalk und obsidian nimmt sich da eigentlich gerade nicht so viel das stimmt leider das ist immer die qual wenn man am mond irgendwas abbauen muss in den moonwalk der ist noch relativ weich ich meinte die magma rock er ist ja so und jetzt warte mal jetzt will ich was was zeigen sarah will zeigen ach du willst jetzt einen lavastrom einsetzen ich komme da gerade schlecht ja das hat dann natürlich zur folge dass wir minimal lava sammeln müssen aber was soll's um das geht jetzt gerade nicht der erdkern hat genug eben das geht jetzt gerade nicht ich würde mal sagen wir machen den aber trotzdem nicht so breit und weil sonst haben wir da tatsächlich dann ein problem ich würde mal kann ich das so durch auch einfüllen weil sonst wird das eine sehr gefährliche angelegenheit ist das toll was sagst du war warte ich bin dafür dass ich dafür bin du bist dafür dass du dafür bist das finde ich super das sieht nämlich mal so richtig episch aus weil entschuldigung aber ich habe kein holz mehr ja jetzt ist halt nur ja er hat die steinmauer wegreißen hätte ich auch gekonnt und braucht das eine rückwand nicht dass das abfließt ich weiß es nicht aber wir bauen lieber mal eine mal da das ding ab ich glaube da zwischendurch hier hin so und flütsch flütsch hast du noch stein äh nicht stein holz äh ups jetzt habe ich gerade meine lava weggeschmissen lava 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 also ich würde mal sagen das ist jetzt nicht sehr empfehlenswert weiter nachzumachen so ein bisschen holz habe ich gerade hingeschmissen weil ich gerade so gefunden hatte dankeschön aber mich stört hier gerade der matt hier ist hier ist noch ein bisschen mehr ja warte ich bin gerade im gefährlichen gefilde ich merke gerade dass rund um mich warm wird minimal oh komm ich nehme dir gleich deine lava weg ich habe auf meinem schiff noch ein bisschen was ich weiß siehst du ich hab's mir gedacht dass wir früher oder später lava brauchen ja wir sind verrückt ach du hast das matsch da unten wir gemacht ja natürlich aber jetzt wie du jetzt hier an der beleuchtung siehst ähm so tief brauchen wir jetzt gar nicht weg machen ja das habe ich nicht bedacht machen wir jetzt da nur eine lava unterbeleuchtung oder das ist jetzt natürlich the question of the day die sich einfach mal krass beantworten lässt ja machen wir natürlich was denkst du denn mit dem grundprinzip versuch macht klug genau probieren über studieren so ich musst aber das bitte vorher dann zu machen mit stein ich will es nur sagen mhm sonst ähm jetzt kuschelig warm warte mal ich muss vorher noch holz holen damit wir den hintergrund zubauen können dann dann kommt das licht glaube ich noch ein bisschen mehr zu geltung als es jetzt schon gut ja mhm 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 planken habe ich noch ich kann das mal gerade erledigen ich habe jetzt auch schon welche geholt so von dem her natürlich bräuchten wir dann auch keine lampen mehr da ja das sind ja baulampen aber ich habe mir gerade überlegt jetzt das holz noch rot färben wäre natürlich giftig aber wir haben da gerade ein kleines problem da oben liegt was drin ja kann ich das aufbauen oh ja das äh war doof ähm ja mach was du willst lava braucht nen Hintergrund mach was du willst lava braucht nen Hintergrund sonst fließt's weg oder wie ja genau kommst du grad schon jetzt schon wieder vom hundertstel ins tausendstel ich niemals niemals wie würdest du nur jemals darauf kommen du scheiße das ist ne Leute wir sind in der dritten vierten Folge und jetzt wirklich schon wieder Angst um mein überleben nein das wollte ich gar nicht grad ah nur mal gucken wie es aussieht okay ja nur mal nur mal nur mal kurz sterben nur mal gucken nur mal gucken nur mal gucken wir sterben hier schon nicht da ist ne zwei block äh tiefe steinmauer nur nur und schon wünschte ich mir dass die um dass diese steinumrandung mit was stabilerem gebaut worden wäre als und schon würdest du doch obsidian oder so verwenden ja schon bin ich äh und 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 do you like it nee nicht jetzt wie jetzt ich musste da ne korrektur machen ok entschuldigung irgendwie rinnts da grad ab wieso wird das da weniger wieso wird das da weniger keine ahnung nein ich versiegle ich versiegle ich fülle nach fertig wie gefällt dir so der aufstieg äh moment äh hier stimmt auch was nicht und äh ja hat was oder jetzt müsste nur der tunnel dann hier noch bis ganz nach oben gehen das finde ich nämlich nicht oder machen wir dann hier eine machen wir hier quasi Zwischenstörp hier die Ausstiegsstation dann kann man hier durchpesen quasi genau also ich finde ja das hat von so ein bisschen was echt cooles an sich ja damit ist jetzt eigentlich auch jetzt schon klar was das erste projekt ist oh ja 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 ja